So, das war Seduction, ein Stück von meinem zweiten Album. Und der Kurzfilm ist von Parker Ellermann und der Film ist quasi zur Musik entstanden, nicht die Musik zum Film. Wenn ich im Studio arbeite, habe ich ja auch immer eine Vision, die natürlich immer von einem Punkt zum nächsten sich hangelt und dann irgendwann ein fertiges Musikstück daraus entsteht. Deswegen fand ich den Prozess ganz interessant. Wie setzt man sowas jetzt visuell um? Ich feile so lange an einem Sound, bis ich ihn spannend finde und suche dann nach dem nächsten Element. Und genauso ist der Song jetzt ja quasi auch entstanden. Der war irgendwann dann so weit für mich stimmig, bis ich dachte, ja, jetzt wäre es doch schön, noch irgendwas Menschliches reinzubringen, in dem Fall ja eine Stimme. Ich fand es einfach perfekt, hat super gepasst, die Stimme. Und die fügt sich da so wunderbar ein. Und dann noch der Film dazu. Jeder hat ja ein anderes Gefühl, einen anderen musikalischen Geschmack. Und wenn man das schafft, das für sich so weit umzusetzen, dass es dann einfach so ein persönliches Stück wird, dann ist es für mich das Größte. So, wir nähern uns dem Ende hier bei SturTV. Und jetzt kommt der letzte Clip, und zwar einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und das ist zugleich auch noch die Schlussszene aus Blade Runner, Film von Ridley Scott und mit Wutke Hauer. Großartige Szene. Viel Spaß damit. Tschüss.